Ja, vielen herzlichen Dank für die schöne Begrüßung, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Siebert, liebe Frau Simonis für die Einladung, lieber McConnen, wir kennen uns schon ein paar Jahre, freundschaftlich verbunden. Ja, und Sie natürlich alle, liebe Neu- und Altstipendiatinnen und Stipendiaten. Ich muss das noch ein bisschen üben. Also, man hat mich gebeten, zum Thema Chancengerechtigkeit, Antidiskriminierung und Diversity in den Medien ein paar Gedanken heute hier einzubringen. Ein guter Freund sagte mal zu mir, dass ich daran merken könne, dass ich alt werde, sieht man daran, wenn ich nicht mehr zuhöre, sondern wenn man mir zuhört. Ich gestehe, dass ich ein wenig zusammengezuckt bin, als ich gefragt wurde, ob ich für die heutige Veranstaltung den Gastvortrag halten möchte und ein paar Impulse geben könne. Ja, es stimmt tatsächlich, ich bin alt, denn zu meiner Nachwuchsjournalistenzeit gab es keine Stipendiatenprogramme. Es gab weder das Internet, noch hatten wir Computer, mit denen wir in Sekundenschnelle unsere Beiträge versenden konnten. Zu meiner Zeit schrieben wir tatsächlich noch auf Schreibmaschinen. Und als Role Model tauge ich vielleicht auch nicht wirklich. Ich bin ja eigentlich auch nur Journalistin geworden, weil in der Lokalredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in meiner Heimatstadt Duisburg jemand dringend gebraucht wurde, der für die Gerichtsreportagen über die türkischen Angeklagten berichtet. Ob früher tatsächlich alles besser war, kann ich also nicht sagen. Was ich aber weiß ist, dass es für die neue Generation viel mehr Möglichkeiten gibt, Journalismus zu machen. Aber ich muss auch gestehen, dass es selbst uns Profis oft schwerfällt, in der Vielzahl von Meldungen, Nachrichten, Sensationen und Sensationchen den Überblick zu behalten und uns auf Themen zu konzentrieren, die mehr sind als Eintagsfliegen, die helfen, Orientierung zu geben und die den Dingen auf den Grund gehen und den Schleier des Nebels heben. Die multikulturelle Realität unseres Landes spiegelt sich leider nicht in den Redaktionen der deutschen Verlage und Fernsehanstalten wieder. Wir sehen zwar die eine türkischstämmige Nachrichtenmoderatorin oder den einen indischstämmigen Wissenschaftsjournalisten, lesen die Artikel eines arabischstämmigen Politikredakteurs, aber am Sonntagabend um 20.15 Uhr im Tatort ist es immer noch der kriminelle Ausländer, der das Klischeebild erfüllt. Dadurch, dass in den Redaktionen Migranten dabei sein dürfen, zeigt immer noch nicht, dass Deutschland zu einer Partizipationsgesellschaft geworden ist. Wir schauen medial immer noch durch eine Milchglas-Scheibe, statt den Blick durch die Buntglas-Scheibe zu wagen, um divers über die Veränderungen der Migrantengesellschaft zu berichten. Am sichtbarsten, für mich, ist die multikulturelle Realität wohl in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Viel bemerkenswerter finde ich allerdings nicht die Zahl der Nationalspieler mit Migrationshintergrund in der Nationalelf, sondern die Zahl der Spieler aus Gelsenkirchen. Fußballer wie Özil erfüllen keine Quote, haben keine Alibi-Funktionen, sondern sind einfach nur hervorragende Fußballer. Nur im Kulturteil einer Zeitung schreibt die türkischstämmige Redakteurin über den türkischstämmigen Regisseur Fatih Akin, der einen internationalen Filmpreis gewonnen hat. Worauf ich hinaus will, ist, dass es doch eigentlich etwas ungeheuer Bereicherndes und Lebendiges hätte, sich auf Geschichten einzulassen, die ein Journalist aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet hat. Man überwindet Unsicherheit und Distanz zum Leser, schafft Nähe und motiviert zur Neugier durch die Kunst, die Schere im Kopf, die das Fremde von vornherein immer nur unter dem Problemaspekt zu sehen, komplett auszublenden. Das ist erfrischend, das ist neu und im besten Sinne auch noch unterhaltend. Man sagt, was ist mit einem unverstellten Blick, ohne vorgeprägte Meinung, ohne Deutung. Leider, und auch das ist eine der traurigen Wahrheiten, herrscht in diesem Land noch viel zu oft ein Klima der Bedrohung, der Kluft, die von vielen Kollegen in den Redaktionen nur allzu gerne genutzt wird, um Distanzen aufrecht zu erhalten. Ich möchte Ihnen gerne eine kleine Geschichte erzählen, die nichts mit Journalismus zu tun hat, aber die vielleicht dazu beigetragen hat, dass ich heute Journalistin bin. Ich war in der siebten Klasse und mein Deutschlehrer, Herr Fritz, sagte uns kurz vor den Zeugnissen, welche Endnote wir auf dem Zeugnis bekommen würden. Das ganze Schuljahr über hatte ich in allen Klassenarbeiten in Deutsch eine Eins geschrieben. Meine mündliche Mitarbeit war ebenfalls sehr gut. Herr Fritz wollte mir aber trotzdem nur eine Zwei geben. Nach der Stunde ging ich zu ihm und fragte ihn nach dem Grund. Und er sagte, Hatice, ich kann dir keine Eins geben, Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Das saß. In diesem Moment habe ich mir geschworen, dieses sauschwere Deutsch mit all den grammatikalischen Ausnahmeregeln so perfekt zu lernen, dass man zumindest nie wieder an meiner Sprache merken würde, dass ich nicht Deutsche bin. Aus meiner Liebe zur deutschen Sprache wurde Besessenheit. Manchmal lachten meine deutschen Klassenkameraden darüber, wie ich mit ihnen redete. Sie sprachen nämlich Rohrpott-Deutsch und sagten, Mama Fenster auf oder Mama Tür zu. In meiner neuen Sprache allerdings öffneten sich die Fenster und schlossen sich die Türen. Mein sprachlicher Perfektionismus führte auch dazu, dass ich später in allen Redaktionen, in denen ich jemals gearbeitet habe, als Schlussredakteurin herhalten musste. Ich war die Einzige, die die neue Rechtschreibreform, die neue Rechtschreibung seit der Reform 1996 mit allen neuen Kommaregeln und allen neuen Schreibweisen beherrschte. Das verschaffte mir Respekt bei den Kollegen. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Nun, sie hat mich gelehrt, dass ich zwar für meine Chefs eine Journalistin bin, die den Lesern die Türken erklären kann, aber ich lernte auch, mich gegen alle Widerstände durchzusetzen. Das war, wie ich später gemerkt habe, auch unheimlich wichtig, in diesem Job zu bestehen. Dabei habe ich mich selbst eigentlich nie wirklich als Türkin gefühlt, sondern als Duisburgerin. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit habe ich mir nicht erarbeitet. Es wurde mir ganz selbstverständlich gegeben. Es war für mich als Kind völlig klar, dass Deutschland meine Heimat ist, hier mein Lebensmittelpunkt sein wird und ich dazugehöre. Aber komplett immun wurde ich nie, wenn es hieß, warum sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch? Weil ich hier aufgewachsen bin? Und woher kommen Sie? Aus Duisburg? Und wie ist das so bei euch Türken? Wie bei uns Deutschen? Und im Grunde meines Herzens bin ich so tief in der bundesrepublikanischen Normalität angekommen, dass ich regelmäßig erschrecke, mit wie vielem ich mich abgefunden habe, anstatt, wie Brecht es sagte, kräftig aufzubegehren. Was mich vielleicht von einigen unterscheidet, ist, dass ich hautnah erlebe, wie sehr man sich dagegen wehren muss, nicht in eine Schublade gesteckt zu werden. In meinem Beruf ist es Alltag, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. die Attribute und pauschalen Vorurteile von denen gegen die zu entkräften. Tun Sie mir den Gefallen. Gehen Sie mal in Gedanken durch Ihre Familien, durch Ihren Freundeskreis, durch die Kieze dieser Stadt. Nehmen Sie die sozialen Unterschiede wahr, das Interesse, die Gleichgültigkeit und die Anteilnahme. Beobachten Sie die Kinder und schauen Sie auf die alten, einsamen Menschen, die die Straßen entlanglaufen. Nehmen Sie die Kollegen am Arbeitsplatz und wen Sie im Schwimmbad, im Zoo, beim Einkaufen und in der Kneipe sehen. Wäre es nicht eine schreckliche Vorstellung, wenn alles und jeder gleich wäre? Anders zu sein ist erst dann keine Bedrohung, wenn man sie als Bereicherung, als Anregung, als Gewinn empfindet. Ich muss als Journalistin mit meiner Arbeit sehr oft dem süßen Gift widerstehen, mit meinen Kolumnen wie der Mehrheitsgesellschaft als Beispiel dafür zu dienen, warum ich etwas geschafft haben soll, was andere mit meiner Vergangenheit nicht geschafft haben oder mir als Muster der überangepassten Deutschtürkin den Argwohn jener zuziehen, die sich anmaßen, bestimmen zu können, wie man seine Identität leben darf. Ich setze meine Wahrnehmungen und unterschiedlichen Blickwinkel ein, die Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen herauszuarbeiten als die Unterschiede zu betonen. Dabei muss ich höllisch aufpassen, dass bloß nicht der Eindruck entsteht, ich wolle werten oder dass meine Sichtweisen besser sind als die der anderen. Ich versuche mit meinen Augen Dinge zu beschreiben, die alltäglich sind, die uns alle als Gesellschaft betreffen und die wir zum Besseren ändern könnten, wenn wir es gemeinsam ändern würden. Manchmal, wenn ich meine Artikel oder meine Kolumnen schreibe, ertappe ich mich dabei, wie ich abschweife und meine Gedanken in die Stadtbücherei in Duisburg wandern, dann rieche ich den Geruch von Bonavax auf den Linoleumböden, zwischen den Regalen und den Staub, zwischen den Buchdeckeln der vielen Bücher, die ich dort las. Ich kann die Ausleihkarten aus braunem Karton, die hinten eingesteckt waren, mit den vollgeschriebenen Namenskürzeln und den Datumsstempeln fühlen. Zugegeben, die Autoren sagten mir damals nicht viel, für mich waren sie Nebensache. Vielmehr interessierten mich die Geschichten und besonders jene, die lebendig, bunt und greifbar waren. Irgendwann hat es mich dann gereizt, Selbstgeschichten zu erzählen, kleine alltägliche Dinge, die mir auffielen, die mich beschäftigten und die für mich eine Bedeutung hatten. Ich begann im Journalismus die Realität zu beschreiben und in kleinen Alltags Anekdoten mein Leben. Journalismus und das glauben Sie mir ist harte Arbeit. Es ist fast wie ein Marathonlauf. Man braucht Kondition und unbedingt einen Plan. Ich selbst versuche aus einem Marathonlauf möglichst viele 100-Meter-Rennen zu machen. So kommt man seinem Ziel auch näher und man muss nicht jedes Rennen mit einer Bestzeit abschließen. Das Maß der Dinge ist für mich ein gelungenes Manuskript herzustellen, das in der Spannung so viel Freiheit und Fantasie wie möglich zulässt. Aber die Arbeit erfordert auch Disziplin und eine penible Ordnung. Darin besteht wie so oft ein Widerspruch. Was ich schreibe muss nicht zwangsläufig jedem gefallen. Ich schreibe aus dem Blickwinkel einer Deutschen, deren Eltern Türken sind, die in Anatolien geboren wurde, in Duisburg aufwuchs und nun in Berlin lebt und arbeitet. Mein Herz und mein Verstand ticken deutsch. Meine Seele ist türkisch. Vielleicht ist mein Maß der Dinge zweierlei Maß. Nicht, weil ich mich nicht entscheiden kann, sondern weil ich meine Welt aus zwei Brillen gleichzeitig nicht immer gleichwertig aber keineswegs doppeldeutig wahrnehme. Es ist eine ungeheure Bestätigung, dass meine Arbeit Gehör findet, dass sich Menschen eine Zeitung kaufen, um meine Artikel zu lesen. Das motiviert mich einerseits, andererseits setzt es mich auch sehr unter Druck. Das Beste allerdings, was mir passieren kann, ist, dass meine Artikel eingefahrene Sichtweisen aufbrechen. Ich versuche nicht zu belehren, sondern Blickwinkel zu verschieben, mit meinen Texten Brücken zu bauen, da ich beide Ufer kenne und zwei Kulturen in mir trage, nicht mit Konfrontation, sondern mit einer offenen Sicht, Menschen zu berühren, sie zum Lachen zu bringen und zum Nachdenken. Meine zwei Lebenswelten bedeuten als Journalistin eine doppelte Chance. Anderen Ursprungs zu sein, ist faszinierend. Jemand, der zwei Kulturen in sich vereint, zwei Sprachen spricht und einen Lebenslauf mit Ecken und Kanten hat, kann Geschichten nicht neu, aber anders erzählen. Vielleicht bin ich aber auch idealtypisch für das Dilemma der Journalisten mit Migrationshintergrund. Als Journalisten mit diesem Hintergrund sind wir immer noch Einzelkämpfer. Der eine kriegt kein Honorar und muss schon zufrieden sein, gedruckt zu werden. Der andere muss sich mit anderen Jobs etwas dazu verdienen, weil er nicht vom Schreiben leben kann und der dritte ist ein Stückchen weiter und kommt ganz gut über die Runden. Meine Zunft ist nicht solidarisch untereinander. Wir sind Konkurrenten, keine Freunde, auch keine Feinde, aber jeder steht für sich. Daher haben wir auch keine gemeinsame Allianz, die für uns einsteht. Deshalb kann ich auch gut verstehen, dass es ungeheuer viel Überwindung kostet, die typischen Anfragen aus den Redaktionen abzulehnen. Ich mache diesen Job nun seit über 20 Jahren. In den letzten Monaten habe ich mir mit Artikeln und Kolumnen über die SPD, die GroKo, die MeToo-Debatte, Feminismus, Digitalisierung und Armut in Deutschland die Seele aus dem Leib geschrieben. Gestern musste ich eine Anfrage absagen. Man wollte mich mal wieder für eine Talkshow als Islam Erklärerin. Es ist ermüdend, immer wieder die gleichen Diskussionen führen zu müssen, die im Grunde nur eines bewirken, dass die Gräben mit jedem Artikel tiefer werden. Als ich noch jung war, in ihrem Alter, hat mich das im Übrigen auch nicht sonderlich gestört. Junge Journalisten mit Migrationshintergrund waren begehrt und die Welt stand uns offen. Heute ist das anders. Verlagssterben, Internet und sinkende Auflagen haben die Qualität des Journalismus auch deshalb kaputt gemacht, weil wir die gleiche Anzahl von Geschichten schreiben müssen, bei immer weniger Geld für Recherche und Ausarbeitung unserer Artikel. Mehr liefern für weniger Geld. Das ist die Devise der Redaktion. Eigentlich ist Qualitätsjournalismus heute im digitalen Zeitalter kaum noch umsetzbar, denn nächtelang recherchierende Journalisten mit bohrenden Fragen kennen wir nur noch aus Filmen. Facebook, Twitter und die schnellen Online-Seiten der Verlage geben in Sekundenschnelle den Ton einer Debatte an. Dabei geht es darum, sich der emotionalen Empörung als Journalist zu entziehen und mit einer Recherche zu ersetzen. aber leider und das ist auch die Realität vermischen sich Thema und Tendenz anstatt Fakten und Interpretationen klar zu trennen. Hinzu kommt für uns Journalisten mit dem Migrationshintergrund die gläserne Decke, die einem beim Fortkommen ziemlich ausbremst. Es ist leider immer noch so, dass es entscheidend ist, wo man herkommt, damit man wohin kommt. Da kann man strampeln, so viel man will. Der Schuster bleibt oft nur bei seinem Leisten. Wir brauchen Zeit, genauer hinzuschauen, in die Tiefe zu tauchen, zu erklären, sodass verstanden werden kann. Aber auch mitfühlen und teilhaben kann an dem, worüber berichtet wird. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass Journalismus von Menschen mit verschiedenen Biografien und Erfahrungen gemacht wird. Sie tragen mit ihrer Sichtweise zu einer lebendigen Demokratie bei. Die Verlage, Redaktionen, die Schrepp-Redakteure, wir, die alten Hasen, müssen es schaffen, den Nachwuchs mit journalistischem Idealismus, Leidenschaft, Mut, Ausdauer und Engagement zu begeistern. Gestatten Sie mir, meinen kleinen Vortrag mit einem emotionalen Impuls zu beenden. Vom früheren Bundesverfassungsrichter Ernst Marenholz kenne ich eine kleine Geschichte aus seiner Zeit als Kultusminister. Er erzählte von einem internationalen Kindergarten, den er einmal besucht hatte. Irgendwie gab es Streit unter den Kindern und die Kindergärtnerin wollte wissen, wer den Streit angefangen hat. Eines der Kinder sagte, der mit dem roten Pullover. Keiner der Erwachsenen, auch der Kultusminister nicht, sah ein Kind mit einem roten Pullover. Die Erzieherin sagte schließlich, die Kinder mögen oft das Kind mit dem roten Pullover zeigen. Die Kinder zeigten oft einen Jungen in einem roten Pullover. Es war ein dunkelhäutiges Kind. Die Erwachsenen konnten den roten Pullover nicht mehr sehen, weil ihnen die Hautfarbe des Kindes die unbefangene Sicht versperrte. Für die Kinder aber war es das Kind mit dem roten Pullover. Wenn wir in Zukunft einen Journalismus wollen, der die ganze Gesellschaft abbildet, dann brauchen wir die Geschichten von Journalisten, die einen roten Pullover tragen und deren Blick auf Geschichten ein ganzes einheitliches Deutschland repräsentiert. Vielen Dank. Applaus